Grüezi, mein Name ist Imgrid Guido von der Amag in Oberkölch, in Saursee. Wir zeigen schnell, wie wir die Vignette wegnehmen. Jetzt hat es noch etwas Leim. Das einsprühen wir mit Scheibenreiniger. Wir lassen ihn kurz einwirken und mit der Klinge den Leim wegnehmen. So, mit etwas Papier, Leim und Flüssigen wegputzen. Und parat für die neue Vignette.